Neue Herausforderungen gefällig? Wir von Ford Danner sind auf der Suche noch einen technischen Sachbearbeiter und noch einen neuen Mitarbeiter für unser Ersatzzallager. Kommt zu uns! Das Autohaus Ford Danner erweitert sein Team. Du bist technikaffin, kreativ, denkst immer einen Schritt voraus und hast eine Leidenschaft für Autos? Dann ist vielleicht genau der richtige Job für dich dabei. Speziell sind wir auf der Suche nach Mitarbeitern, die uns in der Ersatzzallager unterstützen, der Waren entkauft und ausgibt für die Werkstatt und die Spenglerei. Und wir suchen auch einen technischen Sachbearbeiter, der uns bei der Technik in der Werkstatt unterstützt und bei Reklamationen oder Garantiearbeiten direkt mit dem Importeur kommuniziert. Mitbringen solltest du am besten... Der Mitarbeiter im Ersatzzallager muss eine gute kaufmännische Grundausbildung haben, technisch auf ihn sein und einfach Freude und Spaß rund ums Auto haben. Ein technischer Sachbearbeiter bei uns im Haus muss eine technische Ausbildung haben und muss auch die Fähigkeit haben, das technische Wissen, die Erkenntnis den Kunden so zu übermitteln, dass der Kunde das auch versteht. Der weiß in seinem Fach ist er gut und die Aufgaben, die der Kunde an uns stellt, die sollte er einfach umsetzen und wenn er daran Spaß findet, ist er der richtige Mann für uns in unserem Haus. Fortdammer bietet einen krisensicheren Arbeitsplatz und zahlreiche Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Stets ein wichtiger Faktor im Unternehmen ist ein gutes Mitarbeiterklima. Dass wir feiern, im Sommer einmal ein Händel essen, eine schöne Weihnachtsfeier. Dort gehört aber auch dazu, dass sich die Mitarbeiter auf die Nacht selber einmal eigenständig zusammenstellen und einmal bei einem Abendbier so manches Lustiges ausdiskutieren. Dein Traumjob war nichts dabei? Kein Problem. Fortdanner ist immer auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften. Wenn einer glaubt, er möchte im Danner-Team dabei sein, sollte sich einfach bewerben, egal in welcher Abteilung. Wir schauen uns das an und es gibt immer Teile, Bereiche, wo man sagt, super, da kriegt man jetzt jemanden, den könnte man gut brauchen, den integrieren wir, da schauen wir, wie wir den einbauen. So sind wir auch gewachsen die letzten 20 Jahre. Bewerb dich jetzt unter karriere-at-fort-danner.at und starte deine Karriere im Autohaus Fort Danner.